so wir sind jetzt hier unten und wir versuchen mal auf die andere seite zu kommen und irgendwie diese mission hier zu erledigen jetzt zeigt das mir an dutch hat gesagt dass wir versuchen sollten ziehen von den kopf geldjägern zu retten die ihn im blackwater gefangen halten ja das werde ich da mal versuchen so schätzelein da ich befürchte dass es hier ziemlich tief sein wird lassen wir ich mal hier ich habe gerade gedacht da waren schon die fliegen um den kadaver rum aber anscheinend doch nicht verdammt ich habe nur den bogen dabei sich gerade nein ich sollte auch mal gucken ob ich nicht meine waffen noch mal verbessern kann so also noch mal auf ein neues ich meine ausdauer ist gerade ziemlich runter das ist schlecht das deadeye sollte aber auch mal ein bisschen aufgefüllt werden ja so da ist der punkt of the curve sind hier irgendwelche leute so da ist jemand so 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 Das ist aber immer noch rot hier, oder? Ja. Oh, oh. Okay, wir sind da oben. Gesetzshüter 2. Oha. Und jetzt? Finde das Boot. Was für ein Boot? Da ist aber was eingezeichnet. Oha. Sie haben alle die Betriebe in der ganzen Stadt. Ja! Süd des Räuers West Elizabeth ist kein ganz willkommenes Ort. Es ist definitiv so schlecht wie wir in da waren, Arthur. Ich höre über diese Frau, Heidi McCourt. Eine junge Mutter, sie sagen, dass die Deutschen auf dem Boot gebeten. Ich weiß nicht, ich war nicht da. Schau mal. Und noch nicht Geld, es scheint. Ich hoffe, Sie wissen, wo das ist, zumindest. Die Deutsche und Hosea sagen, dass sie das tun. Aber sie ist in der Stadt. Oh, es muss wunderbar sein, dass sie so vertrauen in ihren Eltern haben. Da unten. Ich denke, sie sind unsere Kinder. Alles klar, gentlemen. Follow mich. Okay. Und dann. Und dann. Okay. 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 Sie haben zu verabschiedet. Geh deine Binnokulose raus. Mal sehen, was wir hier mit uns beschäftigen. Also, wer diese Bounty Hunters sind? Ich weiß nicht viel über Ike Skelton, Leute. Aber hier haben sie eine große Kruppe. Und Wilde hat ein paar Reputation in den letzten Jahr oder zwei. Das sieht aus wie Sean zu mir. Wahrscheinlich hat er genug zu schaden. Ja, das ist definitiv Sean. Oh, sie haben ihn eine gute Kruppe gemacht. Na ja, nur Sie können Sie sich vorstellen, was er ihnen hat. Oh, ja. Sie sind ihn über die Kanon. Boah, spinnst du oder was? Das Pferd will nicht stehen bleiben und du drängst mich hier von der Klippe oder wie? Hallo? Ja, man drückt die ganze Zeit die gleiche Taste und trotzdem rennt er im Kreis. Das ist lustig. Das, was ich hier bei ihnen zum Schaden? Okay. Dann machen Sie sich die Knappe bereit. Dann lassen Sie sich die Knappe vor. Dann gehen wir in der Klinik. Wait until he's got them off guard before crossing Hold up, he's doing his thing Gentlemen, gentlemen Excuse me, dear brothers My wife is taken ill, gravely ill What's the problem? It's dear Bessie You take the one on the left Where is she? Okay, come on, stay low I'm beside myself If I lose, if I lose Bessie, I lose everything Oh, calm down, mister I can't, I can't I'm having a fit Yeah Come on, let's get up there A pleasure as always, gentlemen I think you have it from here Come on We got two halfway up the canyon to deal with Und du meinst, schießen ist jetzt besser, ja? Okay, Lindo, those boots you got there, eh? Those are very nice Who's the guy you got them from? Is he alive still? Come on, focus Focus, okay Ach da Greifst du auch mal an? Ich dachte, du sagst jetzt, was Sache ist I can't wait to get back home again Me neither The older I get This traveling wears me out I just want to make enough money to Retire, settle down And maybe get married again We're gonna have to shoot our way up there Who the hell are they? Where did these sons of bitches come from? Kill him! I don't know Junge, wenn du nicht da so blöd rumstehen würdest, ne? Du bist einer am Winken? Komm raus. Ich kann mich nicht bewegen, wenn ich ziehe, ne? Ach, da oben ist noch einer. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Oh, da sind noch mehrere. Ups. Na, der ist zu weit weg, das dachte ich mir schon. Ja, wohin denn? Boah, wieso lädt der jetzt noch jeden Schuss nach? Ach, das ist ja nervig. Achso, hier war einer, genau. Nein, ich hab ihn nicht gesehen. Hallo? Oh, jetzt hab ich meinen... Das ist noch einer. Ich komm, ich komm, aber ich muss die Leute natürlich noch vorher looten. Was ist denn der zweite? Ach, der liegt daneben, okay. Also Munitionen sind ja gut, aber ich hätte auch gerne mal was, wo ich Geld durchkriege. Oh, wieso hab ich jetzt schon wieder Dings nicht drin? Still time. Move up, come on. On top of the tower, who's got a shot on him? Put that asshole in the ground. Kill that rotten bastard. Wo, 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 wo? Ey, das war meiner. Ich brauche hier gar nichts mehr zu machen. Ach man, Leute, ich will auch mal welche erschießen. Ach, da ist noch einer. Was ist das jetzt endlich? Kann ich jetzt mal looten hier? Ne, ich muss erst mal looten. Danach kann ich ihn retten. Ich weiß ja nicht, ob dann irgendwie noch eine Sequenz oder sowas hier reinkommt. Ja, 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 ja. Das waren die Kopfgeldjäger, okay. So. Ihr habt ja kein Problem mit dem Geld. Ich mach bei euch ja ständig was in die Kasse rein. Aber das kommt nicht von ungefähr. Boah, das waren alles Kopfgeldjäger, okay. Ich glaube, ich hoffe, ich hab dann alle. Was ist mit dem Vollforsten, der da runtergefallen ist? Ja, 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 ja. Jammer nicht. Komm schon. Ich weiß, ich weiß, wir haben keine Zeit. Dafür muss noch Zeit sein. Nöööööööööööööhööööhä Hi schon! Du weißt, du bist viel weniger dumm aus dem anderen Angeln, Arthur. Komm schon. Du hast einen Hügel, Arthur? Ein heißer Bruder für ein verletzter Bruder gefunden. Du weißt, nichts mehr für mich als diese Mannschaft. Die Bühne, die wir haben. Das ist die Wahrheit für mich. Ich würde es für ihn töten, ich würde es für ihn schlafen. Aber in der Zeit von all das, ich würde es dir leichter lassen, wenn Charles hadn't verletzt mich. Ich glaube nicht, dass ich das war, Arthur. Geh ihn aus hier! Du bist ein großartiger Mann, Arthur, Morgan. Das Kind der junger Rippersnapper kann ich wirklich admire. Oh, shut up! Right, wir sollten uns verletzt werden. Javier, wenn du dich, Mr. Maguire, zurück in den Kampen? Charles, du kannst dich alleine fahren. Be careful, es gibt patrols überall. Was für dich? Ich werde es sehen, was es wert ist. Ich werde dich dort wiederholen. Okay. Okay, komm! Ich habe eine Geschichte für dich? Ja, ich kann nicht warten. Ich erinnere mich, ihr möchtet mich viel. Aber doch nicht. Die Glückwunsch ist zurück in eurem Leben. Ja, die Mission ist abgeschlossen. Wobei ich ja jetzt schon geguckt habe, was es hier für Lohnendes gibt. Und ich denke, mehr wird es hier wohl auch nicht mehr geben. Hast du mich gerade erschreckt? Geht es doch? Aber okay, dann können wir los. Jedeh speaks aus. Hey, hey, girl. Das war's für heute.